Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's Show. Jahrelange hat es gedauert, ich weiß, ich weiß, ich weiß, lasst mich in Ruhe. Diesmal nicht meine Map, sondern die eines Abonnenten. Der hat uns gebeten, dass wir diese Map mal let's showen sollen und da sagte ich doch gleich, klar, schick sie mir rüber, hat mir einen USB-Stick zukommen lassen und somit mache ich die Map jetzt einfach mal. Wir sind hier an seiner Art Mine, so hat er mir das geschildert und wir können ja einfach mal in ein Haus reingehen. In ein Haus reingehen, vor allem guter Deutsch. Ey, wir gehen in ein Haus rein. Okay, gleich mal eine Druckplatte. So, hier geht es anscheinend nach hinten raus. Ich weiß gar nicht, warum er hier, ah, hier, deswegen hat er den zweiten Eingang. Oh, da haben wir gleich ein Skelett, aber ist mir ja relativ latte, weil ich bin im Game-Mode. Und das hier scheint also ziemlich so alles abgebaut zu haben. Reichlich unspektakulär, würde ich sagen. Hallo Skelett, hallo. Ja, keine Ahnung, hat er noch eine zweite Tür aus Langeweile anscheinend reingezimmert? Hä? Hm, naja, egal. Gehen wir mal hinten wieder rein. Ähm, ja, ich weiß nicht viel über diese Map. Ich weiß noch, dass gleich noch einen Weg rüberführen wird. Oder hat er ein Schwert im Rahmen? Okay, hier noch ein Steinschwert. Okay. Na, so ein paar untersehende Workbench. So, hier geht es auch nochmal raus. Ähm, ich sollte unbedingt dazu sagen, dass die Welt 100% im Survival gebaut wurde. Äh, also das, deswegen, also ihr bis jetzt natürlich noch recht unspektakulär. Und, äh, ich spiele auf jeden Fall auf Default, weil ich einfach noch zu voll war, mir Specs runterzuladen. Ähm, und hier scheint er so einen kleinen Aussichtsturm zu haben. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, als Anfang auf jeden Fall gut. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er hier hinten noch was gebaut? Ich habe mir die Welt noch nicht angeguckt. Leider, es tut mir leid, es tut mir leid. Okay, aber hat er nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Und, wir könnten eigentlich auch mal gucken, ob er hier unten in der Mine irgendwas gemacht hat. Das würde mich mal persönlich sehr interessieren. Aber, ich glaube auch nicht, so wie das hier aussieht. Hier sind noch ein paar Fackeln. Hier wird er auch die ganzen Roadstoffe abgebaut haben. Habin, 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 habin. So, hier ist auch nichts weiter. Hm, 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 hm. Ja, es soll auf jeden Fall, wir werden gleich zu seinem Projekt gehen. Aber ich will mich hier noch in der Höhle ein bisschen umschauen, wie er das hier so alles so... Hey, hat er heißen übersehen? Nee, bin ich böse. So, ja. Ja, wir werden mal gucken. Hier unten ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber das war auf jeden Fall hier so seine Mine, so mit einer großen Schlucht und so, meint er. Hat er hier wirklich Ewigkeiten verbracht, das alles zu sammeln. Und, ja, da hat er sich hier anscheinend so einen kleinen Startpunkt hingezimmert. Und deswegen werden wir mal hier weiter hinfliegen. Ich weiß schon ungefähr, in welche Richtung das ist. Und zwar in diesen Wegrichtung hier. Ah, hier scheint er nichts mehr zu gebaut haben. Was hat er hier? Oh, hier führt er auch noch einen Weg. Hm, dann werden wir erst mal den Weg hier erkunden. Weil der muss ja hier auch irgendeine Bedeutung haben, so wie ich das, ähm, scherze. Hm. Aber nochmal natürlich erst mal finden. Ich weiß nicht, ob es eine Bedeutung hat. Keine Ahnung. Ich fliege ja einfach erst mal so rum. Aber eigentlich müsste es ja, weil... Oder er hat da bloß die Schweine und Schafe geholt. Man weiß es nicht. Weil hier ist jetzt nicht wirklich was zu sehen. Nö. Also, wenn, dann werde ich nochmal einen Let's Show machen. Äh, er hat auch gesagt, die Möp ist noch lange nicht fertig. Deswegen wird dann wahrscheinlich immer mal wieder ein aktuelleres Let's Show kommen. Wo halt er die Welt etwas weitergebaut hat. Und jetzt werden wir erst mal rübergehen. Hier diesen langen Weg. Der auf jeden Fall wohin führen wird. Das weiß ich schon. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was da so alles so zu finden ist. Durch das Schneebium. Ist natürlich äußerst unpraktisch. Aber wenn dahinter natürlich das ist, was er braucht. Boah, die Welt baut sich gerade ja mal sowas von schnell auf. Und da sieht man es auch schon. Das Baumhaus. Und wir kommen jetzt mal hier über den Weg so an. So. Kommen wir hier auf seine kleine Farm. Ich werde jetzt das Tor nicht aufmachen. Mit Schweinen und Schafen. Wunderbar. So, dann gehen wir mal hier rein. Oh, da ist ein Kürbis. So wie ich sehe. Im Holz drinnen. Jetzt müssen wir hier so runter. Gucken. Hier ist nichts weiter. Es geht hier gleich schön am Baum lang. Okay, okay, okay. Hm. Ich kenne mich hier natürlich auch noch nicht so aus. Weiß noch nicht, wie ich laufen muss. Boah. Hammerfett. Alles hier so gebaut. Auf Bäumen. Ich glaube, das hat alles gar keinen Kontakt zum Boden. Hi. So, was hat er denn hier drin? Ah, Saplings. Und ich würde sagen, wir machen erst erstmal... Wartet mal kurz. Dann muss ich den mal hier kurz wegschnitzeln. Duh. Nicht, dass der mir hier noch die schöne Tür kaputt macht. Die fast kaputt ist. Oh, nee. Im Ernst jetzt? Ach, komm, stirb. Stirb. Mann, 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 Mann. Muss ich ihm eigentlich gleich mal eine neue Tür reinmachen? Uh, jetzt scheinen wir hier im Lagebereich des Hauses zu sein. Er meinte, er ist noch nirgendwo was drin in den Kisten. Ich weiß gar nicht, wo er sein ganzes Inventar hat. Das ist der Hammer. Weil für das ganze Bauen und so. Und was er da so alles in der Mine gefunden hat. Aber das wird noch gebaut, hat er mir gesagt. Und es gibt ja auch Leitern, die nach hoch führen. Guter Deutsch. Ey, Alter, führt nach hoch. Führt alles nach hoch. Oh, und hier scheint es weiter zu gehen. Aber was natürlich noch nicht fertig ist, so wie ich das sehe. Aber hier geht es anscheinend dann später weiter. Oh, eine Treppe hat er schon gebaut. Hammer geil. So. Und hier scheint es auch noch weiter zu gehen. Ins nächste dann. Zur nächsten Plattform. Nächstes Baumhaus. Wie auch immer. Äh, ja, 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 ja. Sehr hübsch alles gemacht. Ich denke mal, in Specs sieht das noch alles viel, viel geiler aus. Aber es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe erst nicht drauf. So. Hier haben wir noch Settinge für die, für die Birken, äh, Dinger, ne? Wisst ihr selber? So, da oben, weiß ich gar nicht. Geht es hier oben rauf? Ne, hat keinen weiteren Sinn. Äh, oh, hier kommen wir zum Feld. Natürlich alles sehr, sehr wichtig. Oh, er hat ganz schön wenig Weizen. Aber das könnte man ja hier noch anbauen oder so. Zucker hat er auch gleich nach oben verlagert. Sehr gut. Alles so, was man halt so braucht. So, und dann können wir ja mal noch hier reingucken. Hier scheint so ein hammergeiles Bett zu sein. Ich finde die Idee ja ziemlich geil, es so, ähm, so glasmäßig zu machen. Das Problem ist natürlich, dass hier auch Monster, ähm, wie gesagt, hier auf dem Holz bauen. Achso, ich werde mal hier F1 drücken. Sieht da viel, viel besser aus, so. Oh, was haben wir denn da? Hat er hier auf jeden Fall hammergeiles Bett. Kam, hat mal einen schönen Überblick über das ganze Baumhaus. Oh, Entschuldigung. Und hier scheint es, lol, runterzugehen. Oh, was haben wir denn hier? Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Nixe. Gucken wir mal rein. Nixe. Oh, was haben wir da unten? Ach, noch zwei Workbenches. Hier scheint er mal ab und zu weiter zu bauen. Sehr cool, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal hier wieder raus. Schwups. So, und hier ist nix weiter. Auf jeden Fall, die Idee hier finde ich richtig gut mit dem Haus. Das gefällt mir. So, und dann, lol, runter, lol. Da falle ich einmal auf so ein Blatt. So, und hier geht es anscheinend auch nochmal runter. Hm, so. Hier kommt man, oh, hier hat er, ah, Mine bei. Ja, die Mine hatten wir schon. Genau, das scheint hier dann sein Haupthaus zu sein. Welcher Zombie grölt mich hier von der Seite an. Ah, hier hat er jetzt seine ganzen Sachen. Boah, Schneebälle hat er ja auch ein paar geholt. Cookies hat er, er hat alles, was er so braucht für die Feldarbeiten hier auch. Alter, alter, alter. Ja, hier sind wir jetzt bei seinen ganzen Sachen. Ich frage mich allerdings, ist hier in den Öfen noch was drin? Ja, hier ist noch Kohle. Kohle. Äh, ich frage mich allerdings wirklich, wo er, ne, seine ganzen Rohstoffe wie Eisen und so hat. Ah, hier ist auf jeden Fall der Anfang. Das könnte man auch noch ein bisschen besser bauen, dass es hier mit dem Anfang noch einen größeren Sinn ergibt. Und, äh, man könnte die Platz, die Plattform auf jeden Fall noch besser trennen. Vielleicht macht er das noch. Äh, auf jeden Fall soll es ja ein richtig großes Baumhaus werden. Er hat gesagt, es ist in Anlehnung an unser Baumhaus im Let's Play. Was ich, was für mich eine sehr große Ehre ist. Beziehungsweise für Danny, der da ja da den Hauptteil, äh, gebaut hat. Finden wir sehr, sehr cool, dass er uns, dass er sich das, äh, als, ja, Vorbild sozusagen genommen hat. Und, ja, der hat hier schon ordentlich was hingezimmert. Das muss man allerdings sagen, dass er nicht halt wirklich bloß, ja, hier jeden einzelnen Block und so gesetzt hat. Äh, sondern halt das wirklich alles komplett im Survival gemacht hat. Das ist sehr selten, dass Leute das noch heutzutage so machen. Da kam gerade ein Elternteil bei mir rein. Äh, und, ja, auf jeden Fall haben wir, haben wir coole Map. Äh, ich werde nochmal mit ihm sprechen, wie er sich das so hier weiter vorstellt mit dem Baumhaus. Wann das nächste kommen wird und so. Äh, bei mir werden wahrscheinlich, von meiner Map wahrscheinlich, keine Let's Shows mehr kommen, weil die Map gelöscht wurde. Sehr, sehr traurig, aber was willst du machen? Und, ja, warte mal, wir können doch mal da unten noch gucken, ob da unten noch was ist. Oh, nee, jetzt regnet das. Warte mal, muss ich mal... Äh, wie ging das nochmal? So, oder? Ja, ist das richtig? Ich überlege noch. Ähm, ja, you don't have the permission. Wollen wir mal, müssen wir damit ganz schnell im Laden öffnen. Schiedserlauben an. Laden will starten. Dankeschön. So, und jetzt nochmal, äh, lol. Na, nochmal der gleiche. Sun ist ungültig? Ach, du willst mich doch verarschen. Geht das hier wenigstens? Ja, Day kann man setzen, aber das... Warum kann man denn das Wässer hier nicht setzen? Oder muss man... Loll, hat der den jetzt hier gar nicht mehr angenommen? Muss man vielleicht, ähm... Weather... Wechsel zu Regenwetter. Mann, das hab ich doch schon. Was macht man denn bei Sonne? Na, egal. Egal, egal. Hier, weil, jetzt sieht man mal, das bauen wir uns bei Tag, aber bei Regen. Hammeröde. Ja, die Mine haben wir ja schon gesehen. Die hab ich ja gleich als erstes gezeigt. Dachte ich mir so, als Außenposten zeig ich die mal als erstes. Oh, und den Schnee. Ach, wie öde. Ah, haben wir wenigstens nicht die grässlichen Sounds. Ja, ich weiß nicht, was ich noch so zeigen soll. Ich denk mal, es reicht dann jetzt auch erstmal so als kleines Nebenvideo. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Welt fandet. Ob davon noch was kommen soll. Ob ich selber wieder ein Let's Show machen soll. Also auf meiner Map wieder ein bisschen bauen soll. Ist ja auch alles sehr zeitintensiv. Und ja, meldet euch einfach. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, tschüss.